Hallihallo liebe Leute und seid gegrüßt. Am kommenden Sonntag, den 28. Juli, werden wir unsere Geschichte mit Star Ocean weiterführen. Und sehen wie unser Abenteuer in der Vergangenheit weitergehen wird und was für Gefahren wir noch sehen werden. Ja, wir werden es sehen. Ja, wenn ihr auf jeden Fall Interesse habt dabei zu sein, könnt ihr es gerne machen. 15 Uhr geht es los und dann werden wir sehen, was uns alles noch in diesem Abenteuer erwarten wird. Ja, wir werden es sehen. Deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr es ja gerne sein. Wenn ihr es nicht schaffen solltet, werdet ihr früher oder später dann die Videos auch auf YouTube hier sehen können. Ja, und deswegen sage ich an dieser Stelle, vielleicht hört man sich im Livestream. Ansonsten sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.